Hallo. Es geht um Leben und Tod. Ja, es hätten auch immer Jotijange, sagt der Kölner. Aber irgendwann ist es beim Herzinfarkt auch nicht mehr mit Jotijange. Eine EU-zertifizierte Nutzhanfsorte. Okay, ich werde es nicht ausprobieren, keine Sorge. Oder wir machen das mal. Ich probiere es aus und gucke mal, was passiert. Holznacht. Wir haben Adenosin, ich kriege das EKG in den Rücken gefahren. Entschuldigung. Dann sagt sie, du möchtest mal zu einem Ort hin, wo ich noch nie im Leben war. Ja, sagt sie, dann geh in die Küche. So, Entschuldigung, dafür kriege ich jetzt die Maske wieder drauf. Mein Gott, ne. Wenn man jetzt über Exkremente redet und das Ganze am Essenstisch, das findet vielleicht nicht alle so lustig. Für uns ist das normal. Also wenn der Eintopf dann mal entsprechend lustig aussieht, dann kommt von mir schon mal ein Kommentar. Das findet meine Familie dann nicht ganz so lustig.